hallo liebe leute mit herzlich willkommen zu wenn es wieder zurück das ist 25 glaube ich oder 26 ich weiß es jetzt genau nicht und es tut mir leid wir müssen auch neu anfangen tut mir wirklich leid es liegt nämlich daran dass ich hier mal mal sehen please wait keine spielstelle mehr habe das liegt an gewissen gründen und deswegen ging auch das jetzt mehr weiter weil ich halt keine motivation mehr hatte wie heißt das schneider lassen wir sie mal schneider sein die saß das die so aus wir lassen sie machen aus und friedlich spielen und medium und starten eine neue in eine neue welt und auf die hoffnung dass wir eine gute mitbekommen eine flache also er recht flach land so also kann auch berge sein aber es auch recht schön aussieht und wenn was auch sein kann ist soll es schon schön aussehen und hier sehen wir wieder einen gewissen ladebildschirm und das display geht jetzt wieder ganz normal weiter jeden tag ein paar folgen lefp oder geht auch montag noch weiter und dann kommt noch ein anderes display aber das sage ich noch nicht das verraten ist montag noch nicht das darf ich noch nicht verraten das darf ich noch nicht verraten und doch ist recht flach land hier und deswegen ich hatte so lange kein bändisch mehr gespielt ich hab zwei monate einen monat im nacht deswegen und dann war das egal, naja, kommt dann hier ran, und dann sehe ich das hier, wie viel Essen ich habe, okay, dann ist es gut, dann wird alles gut, dann wird alles gut, die Zeit ist noch ganz normal, okay, wir brauchen Unterschied für alle, wir brauchen auch was zu essen, das wissen wir ja alle, das ist ja, ja, wir machen immer so ein Feld, und machen immer so ein Feld, so frei, so welche Felder, und dann, ähm, einmal Pepper, und einmal Korn, so, und dann brauchen wir ja Farmer, oh, vier Farmer, das steht da sogar noch, vier Farmer, und jetzt brauchen wir noch Bilder, also wir brauchen Bilder, sie werden noch Kaila, Pepper, naja, sie werden immer besser waschen, aber das ist ein Buch, schreibst du Tüge, ähm, brauchen wir zwei Häuser, zwei Häuser, und dann müssen sie sich erstmal einquetschen, oh, da bin ich nett, die sind wieder nett heute, so, so, da mache ich damals, ja, da möchte ich das ja da mal hin, und ich möchte es gerne schon abgetrennt haben, also immer so zwei Felder, also ziemlich symmetrisch, und das sage ich nur, hier ist symmetrisch, ich weiß nicht, ob die beiden Felder jetzt symmetrisch, die über sind, aber ich weiß es nicht, aber ich weiß es nicht, und ich weiß es immer wieder nicht, so, ähm, ich brauche Bilder, sehe ich auch, gerade, so, was brauche ich denn noch, ich weiß denn was, also die Ernte läuft jetzt schon, hier haben wir zwei Felder angepflanzt, das sollte erstmal gut sein, gut gehen, hoffe ich natürlich, hier kann man ihn sehen, ja, ja, machen wir schön die Ernte reicht, aber die Ernte ist noch nicht reich, wir haben hier erst Early Spring, wir sind im ersten Jahr, und wie viele Einwohner haben, wo steht das da, 10, insgesamt 8, gut, 55 Grad, ziemlich kalt draußen, ähm, ja, und, hm, hm, das könnte man da jetzt nicht machen, schön, oben im Norden, ich weiß es nicht, ich glaube, ich habe mehr Häuser, und die Seite, oder die Seite, oder die Seite, dann mache ich da noch ein einziges Haus, nur ein einziges Haus, weil da können ja, sagen wir mal, 5, 5 und 5 gehen, und die anderen, ich weiß es nicht, die sind ja unbittig, also die können ja das, ich bin ja nicht mehr, oder, ich weiß es nicht, wir brauchen 6 Bilder mittlerweile schon, hm, ja, sind schon am Arbeiten, schön langsam, machen wir auf die zweite Geschwindigkeit, läufig ein Ticken schneller, nicht unbedingt viel schneller, und ich sehe, dass wir gar nicht mehr so viel Holz haben, gar nicht mehr so viel Stein, gar nicht mehr so viel Eisen, also wir brauchen wieder, müssen wieder was abbauen, Und in welcher Fläche könnten wir was abbauen? Ich müsste wohl was abbauen könnten. Ich muss erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Ich glaube, wir könnten einfach mal diese Fläche abbauen, weil hier bauen wir sowieso was hin. Ich hätte schon sogar gute Ideen. Ich hätte schon, ich weiß, was ich da hinbaue. Ist okay, das ist auch schon. Ich weiß nicht, wie ich das bauen kann. Was ich jetzt bauen möchte, weil ich habe mir jetzt schon ein gewissen Plan gemacht, weil ich kann da jetzt nicht wieder unnötig ins Display reingehen. Und ja, habe ich nicht genug Steine oder was? Oh, genug Steine haben wir noch alles. Noch ist alles Palette, Malette. Das ist alles ganz gut und wir brauchen nur zwei Bilder, das ist dann gut. Und ja, bevor wir noch irgendwelche Wood-Probleme haben oder sowas, ganz ehrlich Leute, das Problem ist ja immer das Essen meistens, ne? Und auch, und wo ist denn hier der Wood-Problem? Der Wood-Problem war doch hier, ne? Ah, das ist der Wood-Problem, das ist der Wood-Problem. Die baue ich hier hin, ähm, macht sich hier ganz gut. Max macht sich da mal ganz schön hier den Weg hin. The way, äh, brauche ich the way hin, Alter. Ja, ne, hab ich so geschaut. Und ja, hier hätte ich eine Idee, zwei Wound-Problem machen. Ähm, mehr möchte ich jetzt erstmal nicht spoilern. Aber hier ist voller, voller Action, ne? Ja, das ist ja ja scheiße. Bisschen blöd. Ja, ähm, Iron-C-Zone wird beteiligt von einem Film-Eingriff. Die haben jetzt immer noch ein Fahrrad, welche hier wohnen, das ist geändert sich der Bereich. Und ja, wir finden hier wieder erwachsene Arbeiter bald. Das lohnt sich doch. Wir brauchen jetzt für die Böge, ach ja genau. Für die Wege. Für die fünf Wege. Für die fünf Wege. Für die fünf Wege. Für die fünf Wege. Ähm, fünf Wege. Fünf Wege, fünf Wege, fünf Wege. Ja, ja, ja. Fünf Wege, fünf Wege, fünf Wege. Fünf Wege, fünf Wege. Fünf, fünf, fünf Wege. Ich habe die ganze Zeit nur. Und das ist total egal. Ja, und wie gesagt, ich bau dann hier nochmal zwei Baumfantasen hin. Hier dann sozusagen die Fabrik oder... Okay, das geht los jetzt nicht so richtig. Aber hier könnte man noch mal Fischer hinbauen. Aber das lohnt sich auch wieder nicht so richtig an. Haben wir denn hier einen großen Plus? Ja, dann muss ja hier der... Der... Trader sein. Ähm... Und auch gleichzeitig der Fischer. Weil wir brauchen Fischer auch noch für den Winter. Weil die können ja keine Ernte haben. Das ist so cool. Der Frasser spielt die. Ich habe jetzt eine neue Grafenkarte. Die spielen wir auch auf immer höheren Einstellungen. Deswegen, guck das einfach so. Hier die Feuerburg auf Low gespielt. Ich hätte auch vorher noch das Medium und High spielen können. Aber es ist Low. Feuerburg ist Low. Ja. Es war mir so klar, dass es als erstes kommt. Wenn es hier mal gebaut würde... Würde... Und wir haben jetzt schon... Oh ne... Der Woodcutter braucht vielleicht auch noch einen. Nein, den Woodcutter brauchen wir schon. Da können wir schon reinsetzen. Und da wird das hier schon mal innen gemacht. Also dann wird das hier gemacht. Bis zum Winter haben wir ja noch Zeit. Und hier werden schon die ganzen Bäume gefällt. Gefällt... Gefälle... Gefälle... Wirklich. Hier haben wir Bäume. Wie gesagt, es gefällt mir, dass wir hier die Bäume fällen. Und... Machen wir den Wegdienst aus. So... Ich muss noch das alles überprüfen. Also wir haben hier Lager. Da haben wir noch Iron Peels, Potatoes. Drei Häuser sollten das mal von Anfang ausrechnen. Wir brauchen ja hier noch zu viel. Nachher haben wir nachher wieder Essensprobleme. Und hier haben wir hier den Iron Locks. Und Stone. Der bla bla bla. Haben wir hier alles. Und wo ist hier der Woodcutter? Da ist der Woodcutter. Und... Der wird anscheinend noch gebaut. Da oder war ganz schön lange anscheinend. Das wird dann eine Glühleur sitzen angehen. Und dort haben wir Bilder eingesetzt. Wir setzen jetzt Bilder oder Arbeiter dazu ein. Dass sie nichts machen. Und bauen erst das hier ab. Naja... Hier sind das Welle. Da sind sie rein. Das ist viel leer. Und hier ein paar Locks. Stones haben wir auch nicht mehr. Hier sind Iron. Haben wir noch 40. Also ok. 29 Iron Peels. Also wir brauchen wieder Iron Peels. Und wir fangen rein. Jetzt kann man alles, was wir tun. Need spring. Dafür läuft die Ernte aber ganz schnell. Jojo. Jojojojojojo. Jo Clones. Komm mal kurz in die Indien. Da haben wir so einen schönen Berg. Aber die Berge sind ja immer da. Ganz links. Is das so qui have brought. Damit man sich irgendwie nicht raten kann oder sowas. oder irgendwie so, für die Fläche, weiß ich nicht. Ähm, hm, hm. Ja. Und, ich glaube, ich habe 30 FPS. Ich habe noch, oh, 29, 25, 22, wo ist denn los mit der FPS? Ja, ich glaube, ich muss reinziehen. Ja, das sind 40% für die FPS. Die muss ich mehr. Also, ich muss ja die ganze Welt nicht laden. Und schon, 30 FPS, ich glaube hier, oh, 29, 28. Ja, 45, 24, 36, 31. Ja, ein bisschen FPS, ne. Ja, okay, 39, äh, 60. Kann ich noch nicht mal lesen. Naja. Oh, wir haben zwei in der Arbeit lang. Ja, da bleibt das ja auch nicht ruhig nur noch. Was abbauen. Und für die Leute, die ungeduldig sind, ich denke mal, wie schnell das geht. Hier, die Ernte ganz schnell. Versuch das anders zu machen. Das finde ich jetzt gewinnig. Wenn man sich möchte. Ich mache mal zwei, damit man... Ich könnte ja reinschreiben, welche Geschwindigkeit ich beschreiben soll. Auf welche Geschwindigkeit schreiben soll. Auf welche Geschwindigkeit ich... Und welche Geschwindigkeit ich stellen soll, so schreien oder mit Windows. Ähm, wie viele Kids haben denn jetzt noch? 28, Potatoes, äh, geht noch alle. Die haben sich so eine Entladung geholt. Haben die noch alle Feuerholz? Die haben noch alle Feuerholz. Ja, der schrückt sich. Jetzt geht's doch eigentlich. Nur brauchen wir die Woodcutta nicht so dringend, deswegen kann man sich noch Zeit lassen. Ähm, wäre schlimm, wenn ich jetzt hier gerade eine Fläche auswähle und abgebaut werden soll, wie die hier, ne? Wäre schlimm, ähm, wenn die denn wilder, die ich einsetze, erst das machen, also das hier, und die Labora, ähm, das machen. Weil die Bilder machen ja auch das nicht. Oh nein, komm, das ist nicht. Komm ich. Ähm, ich würde gerne Baumtrantage machen. Äh, jetzt ist der Stern. Das ist doch nicht das hier eigentlich. 7,9, okay. 7,9, 7,9, 7,9, 7,9. 7,9, zack, lass ich den mal dahin. Wird ja sowieso abgebaut und wir haben jetzt Summer. One hundred ten Summer. Mein Nasio. Ach, mein Nasio. Ach, mein Nasio wird wieder zurück. Ähm. Irgendwie. Ja, wie gesagt, Left 4 Dead gleich momentan. Left 4 Dead 2 kommt auch bald. Ähm. Dauert ja nicht mehr so lange. Und jetzt kommt erstmal Banished. Ich weiß nicht wie lange das das war. Kann doch sein, dass es schon nach der Aufnahme wieder vorbei ist. Ich weiß es nicht. Weil ich jetzt, ich würde es nicht, ich versuche es noch einmal. Und wenn es nicht klappt, ich kann es noch einmal versuchen. Aber, das ist schon hart und mit Grenzen, ne. Soll ich, ich will schon Spaß drin haben. Mhm, cool. Und wenn ich das nicht schaffe, dann ist es halt so, ne. Und das finde ich am Spiel, ich würde es gerade einfach, normal oder so. Und wenn das nicht klappt, dann habe ich nämlich einen neuen, also sozusagen Slot frei. Weil ich ja immer 3, 4 Punkte habe. Manchmal manche Projekte kommen wieder 2 Tage, manche Projekte kommen jeden Tag. Und so, das merke ja alles dann. Ähm. Er hätte ich einen Slot frei und dann hätte ich so gut das Spiel, aber das sagt man nicht. Das ist so ähnlich. Ich würde schlecht kommen, ich weiß nicht mehr, ob es kommt. Ich muss es mir nur überlegen. Mhm, mhm. Ja. Ich habe einen Leiter gegeben. Und an der Augen, dann muss es gehen, außer dem Grund. Wir haben jetzt 13 schon. Wie fällt es? Haben wir da sofort eine Überbevölkerung? Nein, nein, nein. Aber Überbevölkerung haben wir ja noch nicht, aber. Ne, ist das zufrieden. Guck, die Potatoes gehen einfach witz runter wie sonst was. Weil wir jetzt einfach viel mehr sind. Die platzieren dann halt viel mehr Potatoes. Hm, kacke. Mist, mein Kacke. Und... Ups, le. Füße. Füße. Füße sind leer. Wien. Gell ich erstmal was vascheln? Oh ne... Was werde ich denn, ne? Neuneun achtzig. Neun achtzig. Neun achtzig. Neun achtzig. Neun achtzig. Neun achtzig. Neun achtzig. Vielen Dank.